Es kommt was auf uns zu. Es ist schlimmer als die Super-Nanny Katja Saalfrank. Es ist Tinkerbell. Sperrt eure Kinder zu Hause ein. Lasst sie nicht nach draußen, denn Tinkerbell schlägt zu. Bald auf diesen Channel. Sie strahlt eine sympathische Erscheinung aus. Aber wer weiß, ob sie dann immer noch vielleicht so sympathisch ist, wenn sie eure Kinder gefressen hat. Also hütet euch. Oh Gott, sie kommt. Vergesst nie, Tinkerbell ist nicht diese Person, für die sie sich ausgibt. Nehmen wir jetzt schon auf oder nehmen wir jetzt nicht auf? Wie geht denn das hier? Hallo, ich bin... Läuft das schon? Ja, okay. Hey, hey. Hallo, ich bin eure Fee. Oh Gott. Erkennbar an den Elfenflügeln. Ja, ich bin eine Fee. Und wenn ihr Probleme haben wollt mit euren Kindern, dann schickt sie mir ins Feriencamp. Ins Feenferiencamp. Und dann lerne ich ihnen mal, was Sputen zu bedeuten hat. Weil das geht nämlich nicht weiter, sondern Rotz gehören. Wirklich. Was ist denn das hier? Das geht ja auch nicht. Kinder haben zu sputen und zu hören. Aha, also. Schickt sie mir eure lieben Kinder. Und ähm... Ja. Ich hab Hunger. Schickt mir eure Kinder. Schickt sie mir. Medium oder nicht Medium. Ja, also schickt mir eure Kinder. Ich bringe wohl keine Hunde um, weil ich bin nicht die Supernanny, die Katja Saalfrank, aber ich bin ein Superfeb. Ich bringe eure Kinder um. Und ich esse sie im Topf. Viel im Gulasch. Okay, also schickt mir eure Kinder. Ja, schickt sie mir. Ich bin hungrig. Ja. 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 Ja.